In diesem Video geht es um das Musical Spring Awakening. Ich erkläre dir die Entstehung, die Handlung und die Besonderheiten des Musicals. Das Musical Spring Awakening basiert auf dem gleichnamigen deutschen Theaterstück von Frank Wedekind, das erstmals 1891 veröffentlicht wurde. Das Musical wurde im Jahr 2006 am Broadway-Uhr aufgeführt. Die Musik stammt von Duncan Shake und die Liedtexte von Stephen Sater. Spring Awakening behandelt schwierige und sensible Themen, die viele Jugendliche betreffen. Dazu gehören zum Beispiel die Pubertät, Sexualität und die Auseinandersetzung mit Autoritätsfiguren. Diese Themen werden oft tabuisiert, aber das Musical bringt sie auf die Bühne. Das Musical konzentriert sich auf eine Gruppe von Jugendlichen, darunter Wendler, Melchior und Moritz. Wendler ist neugierig und unschuldig, Melchior ist rebellisch und intelligent und Moritz kämpft mit Schulstress und Selbstzweifeln. Ihre Geschichten verweben sich, um die Herausforderungen des Erwachsenwerdens darzustellen. Die Musik in Spring Awakening ist eine Mischung aus Rock und traditionelleren Musical-Stilen. Sie hilft, die Emotionen der Charaktere und die Intensität der Szenen zu unterstreichen. Lieder wie Mama Who Bore Me und The Bitch of Living sind bekannt für ihren emotionalen Tiefgang. Jedes Lied im Musical hat eine spezifische Bedeutung und trägt zur Entwicklung der Handlung bei. Durch die Musik werden die inneren Konflikte und Gefühle der Charaktere hervorgehoben, was den Zuschauern ein tieferes Verständnis der Thematik ermöglicht. Das Musical erhielt viele Auszeichnungen, darunter acht Tony Awards. Es wurde für seine mutige Darstellung der Jugend und seiner komplexen Themen gelobt. Auch international erfreut sich Spring Awakening großer Beliebtheit. Trotz seines Erfolgs ist Spring Awakening auch umstritten. Kritiker und Zuschauer haben Fragen zur Darstellung komplexer und sensibler Themen gestellt. Manche Schulen und Gemeinden haben das Stück wegen seiner expliziten Inhalte sogar verboten. Das Musical wurde in viele Sprachen übersetzt und weltweit aufgeführt. Es gibt auch verschiedene Sprachen, die in den letzten Jahren erheben. Es gibt auch verschiedene Adaptionen, darunter eine für das Fernsehen. Jede Version hat ihre eigene Interpretation der Charaktere und der Handlung, was zeigt, wie vielseitig das Werk ist. Spring Awakening hat eine wichtige Rolle in der modernen Musical-Landschaft. Es hat die Tür für die Behandlung schwerer Themen in diesem Genre geöffnet und zeigt, dass Musicals nicht nur Unterhaltung, sondern auch ernsthafte Kunstformen sein können. fallsbestell로 die LLC … … also einige Alternative sagen … … … Vielen Dank.